Was ist die Welt? Was ist die Welt? Was ist die Welt? Was ist die Welt? Ich glaube, dass es hier schon eine Weichenstellung sich abzeichnet, die für die Welt, für Europa, wie wir es sehen, nichts Gutes bedeutet. Es sei denn, wir tun was dagegen. Natürlich ist es so, dass die Sprache, die Ausgrenzungsrhetorik, auch die Kriegsrhetorik, die da angewendet worden ist, von Trump zum Beispiel, dass die sehr wohl auch in Europa ankommen könnte, beziehungsweise bei uns von Strache ja bereits verwendet worden ist. Wenn man einen Bürgerkrieg heraufbeschwört und weiß, dass in unserer nächsten Nachbarschaft in Bosnien vor nicht mehr als 20 Jahren ein schrecklicher Bürgerkrieg ausgebrochen ist, dann weiß man und sollte eigentlich wissen, dass man damit nicht spielt. Ich frage mich hier wirklich, was dieser Mann da eigentlich jetzt da im Kopf hat. Keinerlei Geschichte offensichtlich, keine Erinnerung an das, was vor wenigen Jahren passiert ist und was heute noch die Folgen sind. Damals vor 20 oder über 20 Jahren sind 160.000 Bosnierinnen und Bosnien nach Österreich gekommen, mussten flüchten vor einem Bürgerkrieg, der nicht etwas Gottgegebenes war. Und das Ergebnis kennen wir, hunderttausende Tote. Der Krieg in Bosnien und Herzegowina hat dieses Land wirklich viel nachhaltiger zerstört, als ich damals, als ich dort gearbeitet habe und versucht habe, das Land mitzuhelfen, das Land wieder aufzubauen, die Flüchtlinge zurückbekommen, dieses Land ist heute eigentlich zerstört. Und wir kennen auch das aus der Geschichte, dass Bürgerkriege wesentlich traumatisierender wirken und eine wesentlich längere Nachwirkung auch haben, wo weit über den Wiederaufbau der Infrastruktur, der Häuser und so weiter, die Nachwirkungen, die geistigen, die emotionalen, die politischen Nachwirkungen zu spüren sind. Das heißt also, mit dieser Kampfrhetorik, mit dieser Kriegsmetapher zu spielen, politisch zu spielen, das ist brandgefährlich. Und es ist ganz klar, dass diese Vokabeln dazu da sind, um eine Gesellschaft zu spalten. Wenn man gerade jetzt sieht, was in den Vereinigten Staaten passiert oder in Ungarn oder in unserer Nachbarschaft, dann wissen wir, in welche Richtung das sehr, sehr rasch sich verlaufen und verändern kann. Und das wollen wir gewiss nicht. Aber dazu müssen wir alle aufstehen und wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen. Was ist die große Ungleichheit? Es hängt eben davon ab, wie man sich den großen Herausforderungen dieser Zeit stellt. Und die liegen klar auf dem Tisch. Das ist mal die große Ungleichheit, die die Menschen zu Recht bewegt und zu Recht frustriert. Es gibt eine soziale Ungleichheit, es gibt eine ökonomische Ungleichheit und auch vielfach im Politischen ist es so, dass wir nicht mehr den Eindruck haben, Demokratie ist eigentlich die beste aller Regierungsformen. Man kann sich das Europa der Zukunft ohne eine ganz klare soziale Komponente einfach nicht vorstellen. Das wollen sich die Menschen auch nicht vorstellen. Ich glaube, darin liegt der Kern dieser Rebellion gegen die etablierten Eliten, gegen die Politik, wie sie eben heute vorherrscht. Jetzt sieht es eben so aus, als ob der seit 1989 so im Triumph daher marschierende Kapitalismus auch an seine Grenzen gestoßen ist. Ich glaube, dass man hier sehr stark auch mit einem Kleinmut konfrontiert ist. Der Blick zurück in die europäische Geschichte lehrt uns, dass es trotz riesengroßer Schwierigkeiten in den 50er, 60er Jahren gelungen ist, so etwas wie einen Konsens links der Mitte, rechts der Mitte herzustellen. Und der wurde breit abgesichert durch ein Wirtschaftssystem, wo selbst Konservative erkannt haben, wie wichtig es ist, dass man den Kuchen, den es zu verteilen gibt, fair verteilt, weil dadurch durch eine faire Gesellschaft, durch eine sozial ausgewogene Gesellschaft natürlich auch viele der Probleme, die sonst Kosten verursachen, sei es Sicherheit, sei es innere Sicherheit, Polizei etc. wesentlich geringer sind, als sie eben in extrem ausgebildeten Gesellschaften sind. Ich wähle natürlich Van der Bellen. Warum? Weil er für vieles, für das meiste, was ich jetzt gesagt habe, steht. Ich glaube, er ist eine Persönlichkeit, die bewiesen hat, dass er eine Linie hat, eine Einstellung hat, wo es um Werte geht und der vor allem auch die Menschen zusammenführen kann. Ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen eine unaufgeregte, ruhige Persönlichkeit, die in dem Chaos, das in vielen Köpfen herrscht, in der Angst, die auch verbreitet wird und die nicht ganz ungerechtfertigt ist, so etwas wie Vertrauen liefert.